Chalvea kocht. Heute Vanillepuddingcreme. Die Zutaten 1,5 Liter Milch, 30 Gramm Speisestärke, 4 Eigelb, Vanille und Zucker. Als erstes macht man 3 Viertel der Milch in den Topf. Den Zucker dazu, dann macht man den an. Dann werden die Eier getrennt und es kommt nur das Eigelb zu der Speisestärke dazu. Als nächstes schneiden wir die Vanille auf und tun das Mark mit in die Mischung. Zuletzt kommt die Milch da rein und schön rühren. Das Geheimnis eines guten Puddings ist viel rühren. Dann, wenn die Milch aufgekocht hat, kippt man die Puddingmischung mit rein. Immer schön weiter rühren, bis es stockt. Das merkt man dann schon. Da muss man kräftig rühren. So, und dann ist es fertig. Ich hab dummerweise Kartoffelmehl anstelle Kartoffelstärke genommen, deswegen ist das Ganze ein bisschen cremiger als gedacht, aber war trotzdem lecker. Einfach Kartoffelstärke nehmen, dann funktioniert das auch. Guten Appetit!